Was geht ab Leute, Zane ist wieder da und zwar hat der Editor Naito wieder einen Zweitseiler zum nächsten Kapitel geschrieben und zudem hat es Weekly Shown in Jump Magazine ein Rätsel dagelassen welches in Kapitel 912 gelöst werden soll. Zum diesmaligen Kapitel sagte der Editor Der Wano Arc hat begonnen. Kommt die Crew wieder zusammen? Naja kein spannender Kommentar und nichts was wir nicht eh schon wissen. Deshalb spar ich mir jeglichen Kommentar dazu, wollte es euch aber nicht vorenthalten kommen wir nun zum Rätsel das uns das Weekly Shown Jump aufgegeben hat. Und zwar hat SP Manga dieses Bild geleakt auf dem das Weekly Shown Jump Magazine ein Rätsel gezeichnet hat. Dessen Antwort in Kapitel 912 aufgelöst wird. Leider habe ich nicht herausfinden können um was es hier gehen könnte. Mit den Namen komme ich nicht auf die Zahlen, genauso mit vielen anderen Sachen die ich ausprobiert habe. Leider kann ich auch kein japanisch lesen deshalb bin ich auf eure Hilfe angewiesen. Vielleicht lösen wir dieses Rätsel gemeinsam und finden so etwas zu One Piece Kapitel 912 raus. Kurzum für die die das Bild vielleicht nicht erkennen weil sie vielleicht gerade auf dem Handy gucken. Das Rätsel ist folgendes. Green Bull plus Fujitora ist gleich 5. Akainu plus Kizaru ist gleich 20. Aokichi plus Aokichi ist gleich 20. Irgendwas unbekanntes plus Monkey D. Ruffy ist gleich 10. Habt ihr ne Idee um was es hier gehen könnte oder wie das Rätsel denn überhaupt funktionieren sollte. Oder könnt ihr möglicherweise das ganze sogar übersetzen. Wäre echt klasse. Lasst uns einfach gemeinsam dieses Rätsel lösen. Vielleicht finden wir was spannendes zu Kapitel 912 raus oder die Weekly Shown und Jump Magazine oder trickst du es einfach nur aus oder es ist einfach nur ein Gag. Sehen wir weiter. Ich hoffe dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja schreibt mir doch einfach in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da. Einen kleinen Klick auf den Abo Button und wenn ihr schon dabei seid nicht die Glocke vergessen. Ich hoffe wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.